Ah, ich muss noch mal kaufen. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ich check's nicht, aber der könnte wieder zahlen. Ding, so viel, das bist du, das ist Max Multi. Ding, der wird wieder zahlen. Der wird wieder zahlen. Hoffentlich. Also er kann jetzt auch natürlich das Pins mal, aber der wird zahlen, eigentlich, glaube ich. Ding, holy shit. Das wird wieder Max Fin. Also ich will jetzt ja nicht jinxen, gell. Ich will jetzt ja nicht jinxen. Aber es sind immer noch sieben Swins. Und 100er Multi safe. Also nochmal zwei Swins mehr. der bis jetzt nicht gedrängt also die letzten mal mit sich so gut nice nice also nicht so nice also 14 euro ich verstehe ich bin noch nicht so ganz nice war nicht so nice mal jetzt mal keine wachsen wer hat hier so im märkte gerade auge gelegt wie man fragen darf ok gut um eins bin nähern macht hier ganz stark auge naja danke und übertäter 2 spinns noch ich ist das ich verstehe das nicht ganz mehr konz wie sagt dieses eine symbol gerade zu viel gezahlt mit dem 80er multi helft jetzt müssen auch wo kommt die jetzt her hier ist uns noch wie viel ist das hä wieso nur 46 das andere war viel weniger und es hat max gezahlt hä ich verstehe das spiel aber noch nicht noch mal so ein symbol bitte immer so eine animation die screen hat der einfach gewackelt der und dann kam das noch mal was das höchste was aus diesen keine rauskommen kann es wird halt max von also jetzt mal ohne spaß jo nein ich tue ich schade das net gewesen naja immer mit oben oh nice digga holy shit hallo keine setzen zu hallo max da geht doch was hallo kaum nicht aufhören jetzt bitte aufhören mit dem auge das verstehe ich jetzt nicht ganz aber wirklich max und zahlen deswegen muss man sich auch mal beruhigen man muss ihn ja erstmal aufwärmen ein stück was hier max multi auf 500 ja okay danke wir werden es gleich erfahren was der maximale multi ist ok das könnte jetzt sein dass wir zahlen jetzt haben augen auf jetzt ist endlich ein bonus da der was zahlen wird sehr gut endlich finde ich nett von dir danke es geht jetzt abgeschmitten hat sie jetzt aber ohne spaß wir sind 500 im minus also bitte 500 zahlen danke nice ok gut profit freunds immer gern gesehen 2k also max oder was wenn ich jetzt erst mal nichts dagegen schön connecten nicht aufhören danke was ist jetzt los wie jetzt höch Hä?